hallo ihr lieben heute probieren wir mal was anderes aus nämlich crackle paste oder so ähnlich also auf jeden fall wäre das so noch nicht gehört hat das ist eine paste wo dann das ganze wie so alte möbel wenn da die farbe absplittert so ungefähr sieht das ganze dann aus ich zeige euch selbstverständlich natürlich das ergebnis und genau also ich wollte einfach mal ausprobieren ich hatte das bei etta art bestellt gehabt und das stand schon eine ganze weile bei mir rum weil ich noch nicht so richtig wusste will ich will ich nicht wie will ich und was will und genau dann habe ich mir das jetzt irgendwann mal rausgesucht und habe versucht das ganze so umzusetzen es ist für mich jetzt nicht ganz so leicht ich weiß auch nicht ob ich es wirklich richtig gemacht habe habe mir auf jeden fall mehrere farben ausgesucht man braucht eine gewisse grundierung die man dann nutzen kann die grundierung kann man wohl wenn ich das richtig verstanden habe laut anleitung auch schon färben das heißt ich habe also dementsprechend die farbe und die grundierung da zusammengenommen und das heißt die grundierung nehme ich jetzt und vermische das mit der farbe und sieht ein bisschen wüst aus ich weiß aber trotzdem ich fand es jetzt erstmal recht spannend das sowieso so aufzutragen weil das kannte ich tatsache so noch nicht hatte vor vielen jahren schon mal so was ähnliches und da war es einfach auftragen und dann ist es irgendwann gerissen und dann war das okay also war schön aber gut mit einer grundierung kannte ich so jetzt noch nicht und dementsprechend habe ich das jetzt gemacht ich hatte so ein bisschen mit unterschiedlichen farben ich mag ja diese blau grüntöne sehr gerne ich mag auch ein gelb oder orange sehr gerne und das war dann eben so meine wahl ich habe ja auch einiges an so eine metallic farben und die habe ich dann einfach auch dafür genutzt und habe dann so ein bisschen geschaut dass ich das schön in so einem verwischten look dann auch hinbekomme ich finde das ist auch vollkommen in ordnung so geworden und nachdem das ganze dann aufgetragen war erstmal habe ich überall die ränder noch geguckt das ist immer gar nicht so einfach man vergisst oft die ränder so ein bisschen aber ich glaube wer dann einfach mal einen rund umblick macht von seinem bild der sieht dann meistens was nicht stimmt und dann werden die ränder meistens auch noch gemacht und genau ich habe übrigens das ganze video nicht geschnitten ich habe es jetzt also wirklich so genommen und einfach nur ein bisschen schneller abgespielt und erstens wie ich meine devise ist tatsache eben wirklich ich will euch zeigen wie es mache ich will euch nicht irgendwie was rausschneiden was vielleicht zum beispiel für euch jetzt wichtiger gewesen wäre und so seht ihr einfach auch was da so so ein bisschen passiert und wie lange ich brauche also ich habe jetzt ungefähr die doppelte geschwindigkeit genommen und ich finde jetzt vom zeitaufwand her auf vollkommen in ordnung also insgesamt habe ich jetzt etwas über eine halbe stunde wenn ich jetzt nicht so unbedingt die wartezeiten mit berücksichtige also dementsprechend klar muss einiges auch trocknen und muss geschaut werden wie geht es jetzt weiter und 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 ne also oder man wird abgelenkt von irgendwas also dadurch alles gut genau ich habe auch einen relativ großen pinsel genommen weil das so ein bisschen war dann hatte ich die krake paste ja direkt also diese paste genommen das war zu anfang gar nicht so einfach ich habe mich dann letztendlich entschieden das doch mit spachtel zu machen was jetzt ich kann es nicht mal genau sagen aber irgendwie hat es dann funktioniert aber es war jetzt gar nicht so einfach und die paste selber konnte ich laut anleitung zumindest nicht einfärben was dann eben auch so ist hier meist übrigens noch mit dem pinsel was was ich dann halt auch aufgebe ich habe mir dann doch ein spachtel geholt und also dementsprechend das sind jetzt so die anfänge wo ich einfach glaube die paste war jetzt nicht ganz so einfach ich habe es dann auch noch mal versucht mit den händen und wie gesagt das war jetzt irgendwie alles ich habe mich einfach dusselig angestellt kann man so sagen was auch vollkommen ist ich habe es einfach ausprobiert ich mag es ja auch immer gerne mal mit den händen das zu machen meine bastelein und dementsprechend glaube ich ist das dann auch in ordnung wenn man da so ein bisschen schaut und aber dies war irgendwie das hatte so ein knet gefühl teilweise auch und das war natürlich dann schwierig das ganze so auf die leinwand zu bekommen und ja also dementsprechend holt euch lieber gleich einen spachtel damit geht es schöner also das war dann wirklich die bessere wahl für mich und dann ging es auch ein bisschen leichter ja ihr seht da also ich spachte jetzt was das zeug hält also dementsprechend lasse ich euch da jetzt einfach mal beim zugucken und erzähle einfach noch mal so ein bisschen was denn so ist ja ich überlege ja mal ein bisschen was man noch so basteln kann und habe jetzt eben auch noch mal das ist schon in in der warte schleife nenne ich es jetzt mal ich habe ja angefangen meine ganzen basteleien euch einmal zu zeigen was habe ich was denke ich dazu zum beispiel was würde ich vielleicht noch nicht mehr kaufen oder was nutze ich vielleicht gar nicht und da habe ich jetzt teil zwei oder sogar teil drei das war glaube ich jetzt schon teil drei ja ich hatte ja vorher die silikonformen für das epoxidharz und aquacast und was weiß ich alles an ähm materialien hatte ich ja schon gezeigt dann hatte ich euch jetzt mein zugehör vom epoxidharz gezeigt und genau jetzt habe ich dann ich habe ja mehrere stellen in meiner wohnung wo ich die basteleinen lager und dadurch habe ich mich jetzt für den part im wohnzimmer entschieden euch das zu zeigen weil da ist mittlerweile auch relativ viel seitdem ich neuen kleiderschrank habe musste dieser schrank aus dem kleinen zimmer weichen in die in das wohnzimmer und dementsprechend war das dann dran das hat jetzt auch eigentlich schon relativ viel platz in eingenommen da ist relativ viel drin und genau lasst euch da mal überraschen was da passiert wie gesagt auch basteleien ich will jetzt ein paar sachen nochmal ausprobieren ein paar sachen wie gesagt da traue ich mich auch noch nicht so ganz ran muss mir da nochmal ein bisschen überlegen was ich mache und genau und dadurch ja aktuell ist es halt wirklich immer dass ich sonntags euch dann das ganze zeige um zwölf mit dem video und manchmal zeige ich schon vorab so ein kleines sneak peek wie man so schön sagt was ich so gemacht habe auf instagram aber das ist nicht so oft da bin ich nicht so aktiv und das ist auch für mich wie sage ich immer so schön man kann ich alle kanäle bespielen und deswegen sollte man sich einfach so ein bisschen darauf einigen wo man das ganze machen möchte ich habe zwar auch ein tik tok kanal da ist das aber eher anders ich mache weniger basteleien ich mache eher manchmal so story time was so passiert was ich denke wie es mir geht meine meerschweinchen manchmal auch musik videos ist also alles relativ entspannt weniger eben wie gesagt basteleien vielleicht stelle ich auch mal vor was ich gerade lese und also das ist nochmal so ein ganz anderer content so ein bisschen was ich mache auf youtube ist es ja mehr wirklich die basteleien und die musik videos und ich lade eben manchmal bei den short videos ein paar andere sachen hoch aber auch da bin ich aktuell relativ still es ist nicht ganz so viel ich bin einfach gerade arbeitstechnisch mega eingespannt und bin dann einfach nur müde und freue mich wenn ich dann einfach mal zur ruhe finde und manchmal ist einfach auch privat viel los manchmal ist auch einfach ein bisschen struggle mit menschen und dementsprechend ja lasst euch da dann einfach immer überraschen was euch interessiert wie gesagt instagram ist nicht ganz so viel da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen aber da passiert nicht so oft was außer eben wenn ich aktuell irgendwas gemacht habe und euch zeigen möchte und genau aber ansonsten ist gerade für sowas eben Hauptkanal youtube ja und dann hat das ganze getrocknet und ich muss sagen das ist okay gewesen hat auch relativ lange gedauert ich habe ziemlich lange gebraucht um das ganze dann für mich weiter zu machen ich hatte noch eine andere krakelpaste krakelpaste keine ahnung also auf jeden fall so eine paste und die hatte ich von einer anderen firma von viva dekor und ich fand irgendwie fehlte mir ein bisschen farbe und genau das habe ich dann letztendlich nachgeholt und habe mich dann für so ein gold entschieden und ich finde das war die beste entscheidung die ich treffen konnte ihr werdet am ende sehen es ist für mich wie gesagt das beste und ich konnte damit so ein bisschen strahlen reinbringen ich habe aber auch die andere paste so ein bisschen durchschimmern lassen also ich habe es jetzt nicht komplett mit dem gold über mal und fand das jetzt tatsächlich für mich schön und habe es auch hier wieder mit dem spachtel gemacht zum großteil und es tut mir leid wenn ihr leider nicht alles seht mir ist erst ein bisschen später dann aufgefallen dass das ganze nicht so schön im bild war ich weiß ich bin ein anfänger obwohl ich es ja nur schon ein paar jahre mache aber ich suche manchmal immer noch so dieses optimale bild wie ich die kamera mache und ja ist manchmal schade wenn ich es dann später erst mitkriege aber ich hoffe ihr verzeiht mir und ja wie gesagt ansonsten einfach nochmal ganz kurz genau so und das lade ich eben auch meistens ein Musikvideo hoch von bands von einzelnen liedern manchmal auch von ganzen konzerten wenn ich jetzt irgendwo war und aber das ist immer ganz unterschiedlich das mache ich auch sonntags um 16 uhr die bastel videos kommen um 12 und ich freue mich tatsache dass auch die Musikvideos mittlerweile videos von bands mache ich ja schon viel länger mache ich ja seit 2017 die bastel videos seit anfang 2020 wo dann corona losging und genau und dadurch die Musikvideos kommen sie sind sehr begehrt auch die bands freuen sich immer wenn ich auch da bin wenn ich sie hochlade und freue mich darüber sehr übrigens wenn wenn die bands sich selber auch freuen wenn die künstler das schön finden und dadurch ist es für mich einfach ein wunderschöner moment und gerade wenn dann irgendwo gefragt wird bist du auch wieder da und filmst natürlich wieder mit so habe ich jetzt auch einen ganz lieben netten freund kennengelernt der den habe ich vor einem jahr zwei jahren ich weiß es gar nicht mehr genau wo dann einfach ich hatte einen teil von seiner einen band gefilmt gehabt und das fand er gut und ja jetzt hat er zwei neue bands und da war ich jetzt auch schon gewesen und er freut sich und ich freue mich mit und freue mich dann auch wenn ich ihm oder auch der band dann Freude mitmachen darf und dadurch ist das ja manchmal sind es so die Kleinigkeiten die kleinen Wörter die wichtig sind für mich ist Kommunikation so unglaublich wichtig es gibt Menschen die können einfach nicht kommunizieren und das finde ich immer sehr sehr schade wenn man irgendwo das Gefühl hat die sind einfach nur anstrengend gerade wenn es Menschen sind wo ich halt weiß die arbeiten in einem Kommunikationsberuf und das ist sehr schade wenn dann diese Menschen gerade nicht kommunizieren können denkt einfach mal drüber nach falls ihr das hört ich habe die Anspielung schon in den letzten zwei Videos gemacht aber ich gehe davon aus diejenigen werden es eh nicht sehen also dementsprechend ist mir das jetzt auch egal ich habe für mich dann eine Entscheidung für mich getroffen dass ich da mir viele Sachen nicht mehr gefallen lasse ich weiß was ich machen kann und was ich machen darf und dementsprechend lasse ich mir da einfach viele Sachen einfach nicht mehr gefallen und denke mir dann einfach dann ist es so und genau aber ansonsten ich freue mich auf jeden Fall dass auch die Bastel Videos immer sehr sehr gut ankommen ich freue mich da mal sehr drüber gerade weil ich es ja eben ich mache es halt für mich und für andere aber für mich eben auch ganz viel einfach dass ich da das ganze dann einfach so ein bisschen als Erinnerung festhalte wie sage ich immer so schön positive Erinnerungen festhalten macht immer ganz viel aus wenn man irgendwann mal nicht gut drauf ist dann guckt man sich sowas dann eben dran ja hier habe ich übrigens die paste dann auch mit so einem ja so einem Schwämmchen aufgetragen weil ich gemerkt habe dass das viel viel besser und viel schöner auf wirkt dann wirkt das nicht so wuchtig und auch das ist dann wirklich sehr sehr schön dass das dann so schön aufreißt und wie gesagt ich mag das Ergebnis sehr ich habe noch überlegt ob ich noch irgendwas anderes mit mache und irgendwie weiß ich nicht die Struktur paste zum Beispiel mit rein bringe aber habe ich dann Tatsache nicht gemacht weil ich glaube das könnte dann auch zu viel sein und dementsprechend habe ich dann einfach entschieden nein ich lasse das jetzt so und wie gesagt ihr werdet es am Ergebnis sehen ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben was ihr denkt sollte da noch was gemacht werden wenn ja was habt ihr so für Ideen und ansonsten ist es für mich erst mal ein wunderschöner Testlauf jetzt gewesen und ich weiß was ich vielleicht so ein bisschen noch mal anders machen möchte ich werde wahrscheinlich dann auch einmal nur diese goldene zum Beispiel nehmen ich habe jetzt auch noch andere Metallic Töne die ich sehr sehr schön finde ich arbeite ja gerne mit den Metallic Tönen und genau also dadurch ihr werdet auf jeden Fall am Ergebnis sehen ich lade euch das Ergebnis noch mit dazu genießt es auf jeden Fall und versucht da einfach so ein bisschen vielleicht euch auch ranzutrauen der Anfang ist schwer aber das wird so und hier seht ihr schon das Ergebnis ich hoffe euch hat das Video gefallen schreibt mir gerne rein in die Kommentare oder lasst mir ein Däumchen nach oben da oder 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 genau Abonnent könnte auch werden und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und bis hoffentlich nächste Woche bis dann Tschüss